Ähm, Breakdance und klassische Musik. Nicht wahr. Jetzt, auf stage, die Proof. Nachdem die beiden sich nun einig sind, was nicht zusammenpasst, hier nun eine ganz überraschende Kombination. Die viermaligen Breakdance-Weltmeister Flying Stips mit Musik von Johann Sebastian Bach. Flying Bach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.